Hallo! Ich habe mir gerade noch schnell auf meinen Notizzettel aufgeschrieben, dass ich in irgendeiner der letzten beiden Folgen irgendwo husten musste und das schnell rausschneiden muss, dass ich mir sowas nicht aufschreibe und manchmal gucke ich mich die Folgen ja nicht ganz selber an, dann verpasse ich das am Ende noch und dann kriegt ihr diese Peinlichkeit womöglich noch mit. Eigentlich hätte ich jetzt aufgehört aufzunehmen, aber wir sind ja gerade noch in dieser Herausforderung und das passt irgendwie nicht so ganz. Wir sind noch nicht mal in einem Lager. So. Das war eigentlich auch nur eine Ausrede, jetzt dreimal hier durchzugehen, weil ich immer Lavas Hintern angucken wollte, weil ich bin ja ein Perverser, so wie jeder Nerd, der nur zu Hause sitzt und Videospiele spielt. Ah, okay, das ist... Ja, das ist ganz sicher unser Ausgang. Oh, nein! Oh, gut, dass man nicht gesehen hat, wo das genau durchgegangen ist. Die Tode sind hier teilweise wirklich sehr plastisch dargestellt, muss man sagen. Ja, gut, dann ist das auf jeden Fall unser Ausgang. Das brauchen wir dann nicht. Ich wollte nur gucken, ob da ein Sammelobjekt ist, was wir verpassen könnten. Ein Wahrheit hasse ich Laura und will die einfach immer nur sterben sehen. Das ist mein Geheimnis. Holz. Das ist bestimmt fast so schön da wie hier. Also ich kann schon verstehen, warum manche spielen einen Fotomodus haben. Ich benutze die zwei jetzt nicht, weil ich werde mir die Fotos nie wieder angucken. Ich kann mir ja das Let's Play angucken und dann hier Pause drücken. Aber trotzdem ist es gut, den zu haben. Ach, hier ist ein Lager. Letzte Folge noch beendet, weil hier kein Lager ist und auf einmal kommt zwei Minuten später eins. Na, willst du reden? Du willst nicht reden? Boah. So, ein Fähigkeitspunkt. Ja, holen wir uns einfach die Fähigkeiten, die ich nicht gedenke, einzusetzen. Andererseits, Überlebensinstinkt setzt sich sowieso die ganze Zeit ein. Das wird also eventuell sogar was bringen. Letzten Endes muss man dann, eigentlich nicht muss, aber man wird letzten Endes sowieso fast alle Fähigkeiten haben. Also holen wir uns die einfach. So, Haken-Axt. Drücken sie. Okay, wir schwingen uns jetzt. Das kann eigentlich nur von Erfolg gekrönt sein. Ja, super. Alles klar. Viel Spaß auf dem Rückweg. Und auf dem Hinweg. Wieso denn? Oh. So vorsichtig, meinst du? Ich wollte nur mal ausprobieren, wie das ist, so zu sterben, wie dieses Gefühl so ist. Außerdem hasse ich sie ja, bekanntermaßen. So, okay. Hey, die letzten beiden haben nicht nachgegeben. Das war stabil. Stabil? Nicht schlecht. So. Was? Schwalbe Sprung? Drücken sie. Ich finde diese Einmeldungen schön, dass sie auch mit dir wandern und sich plötzlich von der Waage rechnen in die Senkrechte und so weiter. Ja, drücken sie X, um zu springen. Dann drücken sie. Kreise, was mache ich denn jetzt? Dann drücke ich das jetzt mal direkt. Hä? Okay. Achso. Man muss es direkt drücken. Oh. Ganz kurz drücken. Sind hier Raubfische? Wie heißen die? Raubfisch doch, ne? So, ein bisschen Gold. Mehr Gold. Und noch mehr Gold. Gut, dass das immer drei Hackbewegungen braucht. Alles klar. Ah, da ist auch was. Ich finde das mit den EP gut, obwohl die einem natürlich im Singleplayer wenig nützen. Also, EP hat halt so ein bisschen was von Online- bzw. Rollenspiel. Ist aber nicht so super schlecht. Eigentlich ist das schon ein kleines Erfolgsgefühl. Doch, wenn man genug erreicht hat, will ich mich nicht beschweren. Sagen wir so, besser so als gar nichts. Nur weiß man manchmal nicht, wie viel EP man insgesamt jetzt hat und wie viel man noch braucht. Und so, da steht halt immer plus 15, plus 25, plus 50. Da geht die Anzeige ein bisschen nach oben, aber... Was es wirklich heißt im Kontext, wie viele man gesammelt hat, wie viel man noch braucht für irgendwas. Das steht zwar im Menü, aber da unten links müsste es eigentlich stehen, wisst ihr? Jonah, ich glaube, ich habe sie gefunden, die verborgene Stadt. Ich suche jetzt nach der Schlange mit dem silbernen Auge. Ja, viel Spaß. Hoffentlich ist das keine echte. Oh, was? Auf einmal ist hier ein Viech. War das ein Lama? Nice. Tolle Dekoration. Wir sind wahrscheinlich im Wohnzimmer von irgendjemand gelandet. Und auch hier brauchen wir wieder eine Sonderfähigkeit. Was ist das? Können wir das aufbrechen? Ja, das geht. Da, wo das ganze Geld drin ist, das kann man immer aufmachen. Aber da, wo die schönen Sachen drin liegen, das... Da braucht man dann noch 50 extra... Extra-Spezial-Pfeile-Äxte für. Was? Hallo? Was? Wer ist da? WTF? Ziemlich unerwartet, dass hier jemand ist, oder? Wow, das hat uns gar nichts gebracht. Die Fähigkeit ist einfach nur super. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ich dachte, wenn ich aufs Herz ziele und schieße, dann habe ich Erfolg. Aber in Wahrheit hat man gar keinen Erfolg. Ja, dass das nichts bringt, war ja eigentlich klar. Hier waren wir noch nicht. Gold. Und Gold. Und Gold. Wasser pflanzen, brauchen wir nicht. Zum Glück kann die jetzt nicht mit sich selbst reden und sagen, ich habe schon genug davon. Das ist jetzt gleich bestimmt irgendein Ureinwohner oder so, der hier verletzt ist. Indem wir dann helfen, der wird dann unser Freund. Und dann hilft er uns alles zu finden. Oh. Bye, bye. Oh. Puh. So, erstmal Überlebensversteck, weil wir sind ja jetzt Überlebende, dann haben wir uns das verdient, dieses Versteck. Ich würde, ja, am liebsten würde ich mit dem Sturmgewehr auf die schießen. Aber das ist natürlich unfair. Ha, ha, ha. Selten mit Tierhaut. Oh, selten. Sehr gut. Hey. So. Ich finde dieses Ausweiden von Tieren in Red Dead Redemption 1 damals, das war hart. Ich glaube, das war Red Dead Redemption, oder? Irgendwie muss ich im Augenblick, ich muss mich kurz räuspern. Offenbar rede ich schon zu lange am Stück. Oh, keine Sorge, nicht mehr lange. Ähm. Ich glaube, das war damals in Red Dead Redemption 1. Da war das Ausweiden relativ, also halb, also nicht ekelhaft, aber irgendwie so einigermaßen zufriedenstellend, würde ich fast sagen. Also von Geräuschen und Animationen her und so. Alles voll, ich kann nicht mehr tragen. Ja, alles voll, ich kann nicht mehr tragen. Ähm, und in Fakoi, Fakoi 3 im Speziellen, war das auch relativ zufriedenstellend, wenn ich das so sagen darf. Darf ich bestimmt nicht, aber mache ich jetzt einfach. Als Ausgleich kriegt ihr jetzt was von Lara zu hören. Oder auch nicht. Ja, Fähigkeiten. Und ein bisschen Geld. So, das hat sich gelohnt. Also nicht für die Tiere, aber für uns. Okay. Ich frage mich, wie man da hochkommt. Wahrscheinlich müssen wir auf diesen Felsen hier drauf. Fehlende Ausrüstung? Ja, natürlich. Mal wieder. Völlig klar. Ah, ja. So schnell klärt sich die Frage. Condorfedern? Ach, scheiße. Nester finden. Das klingt relativ kompliziert. Nein, das solltest du doch da hoch mit dem Seil. Das kann die doch. Oh, was ist das? Oh. Ja, die soll sich doch, die kann sich doch hochziehen. Die kann das doch mittlerweile alles. Muss ich dir das etwa nochmal zeigen, wie das geht? Ach, warte mal. Ja, vielleicht wäre das auch eine Option gewesen. Gut. Beim zweiten Mal sieht man immer etwas besser. Nicht immer, aber im ZDF auf jeden Fall. Entschuldigung, ZDF. Nicht ZT. Das ist also das zweite ist doch kein T. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, das hat er bestimmt auch zum ersten Mal es gehört. Ach, guck mal. Das Fadenkreuz vom Bogen hat genau die Form vom Mund von dem Typen. So, das wird ihn bestimmt nicht stören. Und wenn doch, dann tut es mir leid. Hat es auch dieselbe Form wie den Mund von ihm. Ja. So. Okay, irgendwas lädt. Oder speichert. Was haben wir denn hier Feines, ne? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Das haben wir. Oha. Das Wasser sieht tief genug aus. Äh. Das wirkt nicht wie etwas, was ich jetzt schon machen will. 73% von Kichua. Ach, ist das nicht. Ah, ja. Okay. Ich hätte lieber Polyester. Okay. Das können wir nur von der anderen Seite öffnen. Was gibt es hier? Treppe nach unten. Die nehmen wir gerne. Treppen sind immer schön, weil die kann man auch leicht wieder nach oben gehen. Außer sie sind extrem kaputt. Alles voll. Was? Okay, scheiße. Jetzt haben wir auch so langsam mal. So langsam sind auch Edelsteinlager in unseren Taschen voll. Das ist natürlich jetzt ein Problem. Wo sind wir denn hier überhaupt? Das ist gar nicht unser Hauptziel. Vielleicht gebe ich doch einfach mal da unten rein gleich. Das könnte ein Nachruf auf die Menschen sein, die hier bestattet wurden. Na super. Jetzt klettern wir gleich da unten rein. Dann sind ja überall Leichen. Hm. Ich kann nur etwas mit Jade entziffern. Und ich entziffere Gewalt und Tod. Das kann ich auch entziffern. Hier sind schon mal keine bösen Fische. Ich schwimme jetzt einfach mal hier durch. Instinktiv. Ohne jetzt überall rumzusuchen. Aber auch ohne Lava sterben zu lassen. Sterben ist nicht so wirklich etwas Schönes. Okay. Das Gute ist, es gibt keine Piranhas. Zumindest nicht laut Spiel. Und das Spiel muss es ja wohl wissen. Aha. 33% von irgendeiner seltsamen Sprache, die wir vorher nicht kannten, haben wir entziffert. Das ist schnelles Lernen, würde ich sagen. So. Jetzt holte ich mir nochmal ein bisschen Luft da vorne. Und dann gucken wir nochmal, ob hier noch irgendwas anderes leuchtet. Ist echt praktisch, dass hier überall so Luftlöcher sind, ne? Als hätte sich damals einer jemand Gedanken gemacht. Irgendwas passiert, wenn jetzt hier eine böse Organisation oder die Natur unsere Städten überschwemmt. Was machen wir dann? Erstmal ein paar Menschenstatuen bauen. Und danach Luftlöcher. Das sah kurz aus, als würde ich in eine Falle reinschwemmen. Einfach nur, weil das noch Gold geleuchtet hat. Neuen Ort entdeckt. Ach, fehlende Auslust. Lass mich raten, dafür brauche ich auch ein neues Messer. Ja, super. Wahnsinn. Ja, das freut mich natürlich mal wieder extrem. Und jetzt stellt sich raus, ich hätte hier auch wahrscheinlich über... Hier gibt es eine Rolltreppe und ich hätte hier auch vom Ursprungsort... Ja, hast du? Ich dachte, unser nächstes Hauptziel ist dieser wimmernden Stimme nachzugehen, die wir plötzlich gehört haben an diesem Ort, wo eigentlich niemand sein sollte. Andererseits könnte das natürlich die Person gewesen sein, die hier vor kurzem war. Laut Lavas Kommentar. Aber immerhin rauben wir endlich mal wieder ein Grab aus. Haben wir länger nicht gemacht. Neue Ausrüstung. Stiefel mit Pelze. Tarnung bei der Jagd nach Raubtieren. Okay, aber das machen wir auch nicht so oft, ne? So oft machen wir das nicht. Und er erst recht nicht. Wir haben vier alten Krypten. Okay, das war die Krypta auf der Karte. Hier ist noch ein Überlebensversteck. Ach, das ist da unten. Ach, tickt nicht aus. Ja gut, aber... Ja gut, müssen wir jetzt schon holen, ne? Komm. Ah, wir können zurück. Das ist gut. An diesen Menschen vorbei. Selbstverständlich. Tolles Gefühl. Was, gibt's hier Luft? Hä? Hier war ich noch gar nicht. Gut, dass wir zurückgegangen sind. Aha. Gut, dass wir zurückgegangen sind. Ja, sehr gut, dass wir zurückgegangen sind. Wollte ich noch mal... Habe ich das schon mal gesagt? Nö, nö. So, jetzt können wir raus. Zum Glück findet man hier den Ausgang ein bisschen leichter. Man muss einfach nur noch diesen komischen Statuen suchen, die so aussehen, als würden sie sich gleich bewegen. So wie in Beyond... Äh, nee, wie in Detroit Become Human. Der... Der Androidenfriedhof. Falls ihr das Spiel gespielt habt und euch erinnern könnt. War übrigens ein super Spiel. Hätte ich auch less playing können, aber ich habe es alleine für mich gespielt, weil ich nicht der Meinung war, dass das besonders mein Geschmack wäre. Es war aber wirklich mein Geschmack. Gutes Spiel. Ist auch schon ein paar Jahre alt, ne? 2018, glaube ich, oder so kam das. Vielleicht früher sogar noch, aber ich glaube 18 ungefähr. Wird langsam mal wieder Zeit für ein Spiel von Quantic Dream eigentlich, ne? Detroit war das letzte? Ich mach nicht, wie alle anderen heutzutage irgendwelche komische Remastered-Versionen. Ich mein, ich würd mich nicht beschweren. Ich beschwär mich jetzt. Dann würd ich mich nicht mehr beschweren. Aber... So neue Spiele machen doch auch Spaß, oder? So, das war also alles ne Krypta. Schwalbensprung. Ja, komm, machen wir mal. Hä? Okay, das... Keine Ahnung, wann das klappt und wann nicht. Ich hab jetzt genau dasselbe gemacht wie vorhin. Vielleicht darf man wirklich nur X und direkt einmal nur Kreis drücken, weil man mehrmals Kreis drückt. Oh! Okay. Auf einmal laufen die Lamas rum. Die will ich jetzt nicht töten. Noch haben die mir nichts getan. Aber sobald sie mich irgendwann angreifen, sollen die sich auf ein blaues Wunder gefasst machen. Was ist das? Tierhaut. Die klauen wir... Okay, das klauen wir bestimmt gerade alles dem Einheimischen hier. Den wir da... Hören. Gestern musste ich auch das letzte Maultier töten. Es hatte sich ein Bein gebrochen, also hatte ich keine Wahl. Aber ich glaube, ich habe es gefunden. Ich bin auf ein verlassenes Dorf gestoßen, das Set sein muss. Ich wünschte nur, Vater wäre noch am Leben. Ich werde hier über Nacht Rast machen und den Ort morgen gründlich durchsuchen. Die Welt wird erfahren, dass ein Forset die verborgene Stadt gefunden hat. War der so nicht gestorben? Hab ich mich da vertan? Ich dachte, die ganze Familie... Ich dachte, die Story wäre schon abgeschlossen vor 10 Folgen oder so. Was? Jetzt wird es mich natürlich nicht mehr überraschen. Ah. Ach, okay. Also während der Modus aktiv ist, muss man schießen. Habe ich das auch gelernt? Genauso wie ich gelernt habe, dass ich die Hälfte aller Tür nicht aufmachen kann, weil ich spezielle Messer oder Pfeile brauche. So, und da gucken wir mal, wer das ist. Ich kann sie hören. Hallo? Ich kann dir helfen. Geh weg! Du darfst nicht hier sein! Hör mir zu. Ich weiß, es tut weh. Aber... Ich weiß, es tut mir. Das ist ein Bild. Ich weiß, es tut mir. Danke. Wenger! Wenger! Wer bist du? Weswegen bist du hier? Ich bin Forscherin. Lara Croft. Sie kommen wieder. Wir müssen verschwinden. Bringt sie mit. Du bist nicht nur mein Sohn, sondern mein Erbe. Begib dich nicht in unnötige Gefahr. Hätte diese Frau uns gefunden, wenn du nicht dort gewesen wärst? Ich bin froh, dass nichts passiert ist. Wie hast du uns gefunden, wenn du kein Mitglied des Kults bist? Ich bin einer Karte aus einem Tempel gefolgt. Ich habe erwartet, Ruinen zu finden. Nicht euch oder etwas wie das hier. Wieso hat der Kult deinen Sohn angegriffen? Ich habe ihre Abzeichen erkannt. Ich kenne sie als Trinity. Ich versuche sie aufzuhalten. Wovon willst du sie abhalten? Sie suchen nach einem Artefakt. Es sieht wie eine silberne Schatulle aus. Sie gehört zu einer Mondgöttin. Wieso willst du das? Willst du es stehlen? Verkaufen? Nein. Aber es darf Trinity, dem Kult, nicht in die Hände fallen. Sie sind sehr gefährlich. Wieso? Was haben sie dir getan? Sie haben meinen Vater getötet. Kann ich dir was zeigen? Weißt du, was das ist? Das ist Paititi. Du bist bereits hier. Die verborgene Stadt. Aber was bedeutet dieses Auge? Das ist der Tempel des Todes und der Opferung. Denkst du, dein Artefakt ist dort? Ja. Niemand ist je von dort zurückgekehrt. Ich möchte es versuchen. Das wagst du nur, um den Kult aufzuhalten? Ja. Bring den zu mir. Jonah. Geht's dir gut? Kennst du diesen Mann? Er ist mein bester Freund. Ist er wie... Mir geht's gut. Wer sucht noch nach dir? Niemand sonst. Ich glaube, wir verfolgen dasselbe Ziel. Wir bringen dich zur silberäugigen Schlange. Dein Freund bleibt hier. Wenn du lügst, wirst du nicht weit kommen. Und ihm wird es nicht gefallen. Das ist doch nicht nötig. Ist schon gut. Ich warte hier. Edsley, bring dieser Frau frische Kleidung. Uchu, du bleibst bei ihm. Ich bin so schnell es geht wieder hier. Okay. Ganz hübsch hier. Sei still. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Hm. Ich kenne deinen Namen nicht. Oh, entschuldige. Als Rebellenführerin muss ich vorsichtig sein. Ich bin die rechtmäßige Königin. Unurad. Wie? Du schuldest mir noch einen Bericht. Ich erwarte dich auf dem Markt jenseits des Pluses. Zurück der Welt. Schatula von X-Chel. Ich weiß also, wie das heißt. Ich hatte gehofft, Laura kriegt vielleicht so ein Outfit für die männlichen Krieger. Aber naja, gut. Man kann ja nicht alles haben. Trotzdem ist das irgendwie scheinbar nicht wirklich expeditions geeignet. Vor allem nicht die Schuhe. Aber... Ja, wir können ja einfach zu irgendeinem Lagerfeuer gehen und uns dann aus dem Nichts plötzlich neue Kleidung herspawnen. Das wissen die bestimmt nicht. Ich bin auch ein bisschen überrascht, dass die Deutsch bzw. Englisch reden, also unsere Sprache, sagen wir mal. Ich frage mich, ob das anders gewesen wäre, hätte ich diese Spracheinstellung anders gehabt, dass das Spiel Einheimische mit einheimischen Sprachen abspielt. Ob das auch für diese Cutscene gegolten hätte? Hm, vielleicht war es auch keine Cutscene, sondern Ingame, aber sei es drum, so ist es eigentlich schon ganz gut, dass wir wenigstens verstanden haben, worum es geht. Jetzt suche ich nochmal kurz eben hier ein Lagerfeuer, das muss hier wohl. Wir gucken uns alles in Ruhe später an. Ich möchte gerne wissen, ob hier irgendwo ein Lagerfeuer ist. Kann ja nicht sein, dass wir hier nicht speichern können. Die Folge ist nämlich jetzt zu Ende. Ja, das gucken wir uns alles nicht an. Oh, okay, gut, da unten, äh. Okay, das muss ich mir noch holen. Wenn irgendwas auf dem Boden glitzert, dann, äh, dann ist es aus und vorbei. Wo ist denn hier ein Lagerfeuer? Das ist... Erzähl mir doch keinen, als ob man hier nicht speichern kann. Das ist, äh... Das ist ein bisschen enttäuschend gerade. Das ist so schön hier und dann kann man nicht speichern. Ein erheblicher Nachteil. Oh. Ähm, ich bin jetzt deswegen nicht überall, äh, langgegangen und unterhalte mich jetzt auch mit keinem. Weil ich wirklich gerne die Folge beenden und speichern würde. Das geht nun mal am besten an so Lagerfeuern. Andererseits kann ich auch einfach... Ich weiß, wisst ihr was? Ich beende die Folge hier. Letzten Speicherpunkt laden. Ich habe hier nur ein, ein Überlebensversteck gefunden. Ich drücke jetzt hier zum Hauptmenü. Und wir lassen uns nächstes Mal einfach überraschen, wo wir wieder gespawnt werden. Ein Lagerfeuer ist ja ein Speicherpunkt, aber das Spiel speichert auch automatisch. Ich nehme mal an, dass es nach der Cutscene gespeichert hat. Wenn nicht, haben wir halt Pech gehabt. Das werde ich dann sehen. 32 Prozent. Okay, offensichtlich hat es gespeichert. 4 Uhr 4. Das war vor einer Minute. Gut, ne, dann habe ich nichts gesagt. Ach, unten reicht es Lava. Jetzt erst im Menü. Im Menü fallen mir immer neue Sachen auf. Ich habe vorher nur oben die beiden Soldaten gesehen, die sich bewegen. Aber Lava bewegt sich. Also scheinbar funktioniert die Schlamm-Tarnung. Ich habe nichts gesagt. So, jetzt ist Ende. 32 Prozent. Wir haben fast ein Drittel vom Spiel geschafft. Bei wie viel Folgen? 25. Das könnten über 70 Folgen werden, wenn das so weitergeht. Aber gut, das werden wir dann sehen. Wenn ihr eure Bewertung abgebt, wäre ich sehr froh. Wenn ihr einen Kommentar abgebt, wäre ich noch froh, froh, hoher. Und dann seid ihr es hoffentlich auch. Und dann fällt mir nichts mehr ein. Und dann bis morgen.